Die letzten beiden Wochen waren für den Flugzeughersteller Boeing wohl auf eine sehr unschöne, unangenehme Art und Weise äußerst interessant. Denn eine brandneue Boeing 737 MAX stürzte mit 189 Menschen an Bord ins Meer, überlebt hat das niemand. Und so wie es zum aktuellen Zeitpunkt aussieht, war da ein technischer Fehler. Und dann die nicht richtige Reaktion der Piloten darauf, entscheidend für dieses Unglück. Und in den letzten Tagen traf es jetzt noch eine Boeing 747 und eine Boeing 757. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende und ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Erst einmal vorweg die Info, dass es zu dem Boeing 737 MAX Absturz eigentlich keine neuen Infos gibt. Die Problematik mit der Messung des Anstellwinkels bei der Boeing 737 MAX ist noch immer höchst aktuell und ich wollte eigentlich nur zwei Dinge aus dem letzten Video nochmal aufgreifen, das dementsprechend verbessern bzw. ergänzen. Erst einmal hatte ich im letzten Video, als wir über die Thematik mit dem Anstellwinkel gesprochen haben, so ganz nebenbei erzählt, dass wenn man mit einem Auto die doppelte Geschwindigkeit fahren möchte, dass man dann nicht das Doppelte, sondern das Vierfache an Power benötigt. Und das ist natürlich so nicht ganz richtig, das sorgte zu Recht für Verwirrung, ist eigentlich einfach falsch, denn wenn man schon mit Begriffen um sich wirft, dann muss man natürlich auch mit den richtigen Begriffen um sich werfen. Und wenn man jetzt mit einem Auto das Doppelte an Geschwindigkeit fahren und halten möchte, also von 100 kmh auf die 200 kmh kommt, da geht es nicht um die Beschleunigung, sondern darum die Geschwindigkeit zu halten, dann benötigt man zwar das Vierfache an Energie, aber das Achtfache an Leistung. Das nur mal so mit den richtigen Begriffen, sorry dafür. Ansonsten wollte ich einfach noch was ergänzen und zwar, das ist im letzten Video glaube ich einfach nicht so rübergekommen, weil ich so nicht explizit gesagt habe. Habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel drüber nachgedacht. Aber viele hatten das Thema in den Kommentaren angesprochen, beziehungsweise eine Frage dazu gestellt und deswegen nochmal ganz klar, Boeing, der Flugzeughersteller, hat sich natürlich jetzt auf Druck der Behörden nicht irgendwelche Procedures zur sogenannten Unreliable Airspeed und diesem Fehler mit dem Angle of Attack Sensor, das haben die sich natürlich nicht mal eben aus dem Ärmel geschüttelt, also die Infos und die Verhaltensweisen dazu. Dass das Flugzeug entsprechende Aktionen ohne Zutun des Piloten in dieser Situation durchführen kann, das ist selbstverständlich dem Flugzeughersteller schon vorher bekannt gewesen und sollte auch allen Beteiligten, die mit oder an dem Flugzeug arbeiten, vorrangig natürlich Piloten, denen sollte das auch bekannt sein. Und bei so einem Vorfall, bei dem man davon ausgehen muss, dass diese Aktion, die das Flugzeug da durchgeführt hat, dass die in Kombination mit einer falschen Reaktion der Piloten zu einem Unfall geführt haben könnte, da macht es natürlich irre viel Sinn, da jetzt nochmal ganz bewusst auf diese Thematik hinzuweisen. Das, was dort jetzt veröffentlicht wurde vom Flugzeughersteller und von den entsprechenden Luftfahrtbehörden, das ist jetzt also auf gar keinen Fall etwas Neues, was man jetzt an Erkenntnissen aus diesem Unfall herausgezogen hat, sondern es ist quasi ein Auszug aus dem Handbuch des Fliegers. Damit zeigt man eine erste Reaktion auf das Ganze, ähnlich wie das mittlerweile eigentlich überall wieder abgeschaffte Vier-Augen-Prinzip nach dem Germanwings-Absturz und man rückt natürlich die ganze Problematik zusammen mit ihrer Lösung in den Vordergrund, sodass man im extremsten Fall einen Vorfall oder einen Unfall, der jetzt aus ähnlichen Gründen in naher Zukunft passieren könnte, dass man den damit verhindern kann. Eine neue Info zu dem Ganzen gibt es aber an dieser Stelle vielleicht doch noch und zwar ist jetzt die Suche nach den Passagieren und nach der Crew des Fluges offiziell als solches beendet. Man hat zwar mittlerweile nicht einmal 80 Passagiere des Fluges wirklich identifizieren können, aber höchste Priorität hat jetzt das Finden des Stimmenrekorders. Die durch den gefundenen Flugschreiber gewonnenen Daten der Boeing 737 MAX zu diesem Unglück liefern laut Aussage der Behörden knapp 70% der benötigten Antworten. Man konnte mittlerweile ganz klare Fakten über Dinge aufstellen, die nicht so funktioniert haben, wie sie eigentlich hätten funktionieren sollen, aber um das Ganze zu 100% zu verstehen, braucht man jetzt die Kommunikation im Cockpit, die Kommunikation zwischen den beiden Piloten. Die wichtigste Frage ist jetzt nämlich, ob die Piloten zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch eine Chance hatten, die Maschine in diesem Zustand wieder sicher an den Boden zu bringen. Und wenn man den Stimmenrekorder gefunden hat, dann können wir sicherlich davon ausgehen, dass wir in nächster Zeit dann auch dementsprechende Erkenntnisse und Antworten auf diese Fragen bekommen werden. Soviel also erst einmal dazu und jetzt gab es in den letzten Tagen noch zwei weitere wichtige Vorfälle, die für ganz ordentliche Schlagzeilen sorgten. Eine Fracht Boeing 747 rutschte in Halifax über das Ende der Bahn hinaus und nur zwei Tage später kam eine Boeing 757-200 in Georgetown in Guyana von der Landebahn ab. Die wichtigste Info direkt mal vorweg, bei beiden Vorfällen kam keiner der Insassen ums Leben, es gab glücklicherweise lediglich leicht Verletzte. Aber fangen wir mal mit der Boeing 747 an. Eine Boeing 747-400 in der Frachtversion von der amerikanischen Frachtfluggesellschaft Sky Lease Cargo war am letzten Mittwoch auf dem Weg von Chicago in den USA nach Halifax, also nach Kanada. An Bord der Maschine befanden sich lediglich vier Personen, das war die Cockpit-Crew. Wie gesagt, es handelte sich dabei um ein Frachtflugzeug. Der Flug dauerte lediglich zwei Stunden, ist also keine wahnsinnig lange Strecke für eine 747. Neben der kleinen Menge Sprit, die man dafür dann an Bord hatte, hatte man außerdem keine Fracht dabei. Die Maschine sollte nämlich erst in Halifax beladen werden. Bedeutet, für den Anflug in Halifax war diese Boeing 747, wenn man das von einer 747 behaupten kann, vergleichsweise leicht. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern es da Unterschiede gibt im Handling zwischen einer voll beladenen Boeing 747-400 und einer fast leeren Boeing 747-400. Die Frage könnte uns vielleicht Captain Joe beantworten. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es da durchaus Unterschiede gibt, welche vielleicht am Ende des Tages durchaus mit zum Unfall beigetragen haben könnten. Aber das wissen wir natürlich nicht, das müssen andere Leute herausfinden. Die Maschine war nun im Anflug auf die Piste 14 des Flughafens von Halifax. Diese Piste ist 2350 Meter lang und damit wirklich nicht sehr lang, sondern eher ziemlich kurz. Damit ist sie auch übrigens nochmal fast 500 Meter kürzer als die Piste 25 rechts bzw. 07 links in Frankfurt. Und die ist halt eben auch schon nicht wahnsinnig lang und da dürfen in Frankfurt zum Beispiel auch nur Flugzeuge drauf landen. Die wird nicht für Abflüge genutzt und es darf zum Beispiel dort kein A380, keine 747 und auch keine MD-11 landen. Das also nun mal so zum Vergleich. Um kurz nach 5 Uhr Lokalzeit, also im Dunkeln, war diese Boeing 747 jetzt also mit nur vier Passagieren, wenig Sprit und keiner Fracht an Bord im Anflug auf die Piste 14 des Flughafens von Halifax. Der Wind kommt zum aktuellen Zeitpunkt aus Richtung Westen mit Böen von bis zu 20 Knoten. Und an dieser Stelle wird es interessant, denn der Tower-Lotse des Flughafens Halifax, der jetzt für die im Anflug befindliche Fracht 747 zuständig ist, der weist die Crew des Fliegers jetzt nochmal darauf hin, dass der aktuelle Wind am Platz aus Richtung 260 Grad kommt mit Böen von bis zu 21 Knoten. Das ist nicht wahnsinnig windig, aber er fragt nochmal nach, ob die Landung auf der Piste 14 für die Crew jetzt immer noch akzeptabel sei. Er fragt das, denn im Anflug auf die Piste 14 entsteht hier jetzt natürlich eine Rückenwind-Komponente. Und Rückenwind ist ja genau das, was man bei Start und Landung eigentlich immer vermeiden möchte. Und jetzt habt ihr gerade gehört, die Piloten möchten trotzdem den Anflug auf die Piste 14 fortsetzen. Also gut, warum auch nicht, sie bekommen die Landefreigabe und dürfen auf der Piste 14 landen mit einer Rückenwind-Komponente. Übrigens, das Video dazu, wo ihr gerade den Ausschnitt gesehen habt, das ist sehr interessant, das habe ich euch in die Infokarte gepackt. Da könnt ihr euch die ganze Kommunikation rund um den Flughafen von Halifax bei diesem Vorfall nochmal anschauen und das Ganze dann viel besser nachvollziehen. Eine alternative Bahn am Flughafen von Halifax für die Landung dieser 747 wäre jetzt die Piste 23 gewesen. Diese ist in Halifax 3200 Meter lang und der Wind würde ja quasi auch direkt auf die Nase kommen. Also warum hat man die nicht ausgesucht? Es gab an diesem Tag für die Piste 23 einige Einschränkungen. Die Sicht war an diesem Tag recht schlecht und das Instrumentenlandesystem der Piste 23 war an diesem Tag nicht aktiv. Und dazu kommt, auf der Piste 23 werden gerade Bauarbeiten durchgeführt und die ersten 500 Meter oder etwas mehr als 500 Meter sind für Flugzeuge für die Landung nicht verfügbar. Das heißt, die verfügbare Länge der Piste 23 verkürzt sich auch hier auf etwas weniger als 2700 Meter. Zu allem Überfluss regnete es auch noch und die Pisten sind also nass. Und das sind jetzt natürlich alles nur Vermutungen, aber es könnte ja durchaus sein, dass die Piloten nun also alles zusammengenommen haben und damit gute Gründe dafür hatten, lieber den ALS-Anflug auf die Piste 14 zu nehmen. Denn vielleicht erschien es ihnen, wie gesagt, alles Vermutung, vielleicht erschien es ihnen einfach als sinnvoller, einen uneingeschränkten Anflug auf die Piste 14 durchzuführen, die dann auch uneingeschränkt nutzbar war, anstatt erst einmal mit einem Non-Precision Approach auf diese Baustelle zuzufliegen, den Flieger dann manuell darüber zu steuern, um dann auf der immer noch kurzen Piste 23 zu landen. Die durch das Wetter gegebenen Problematiken, die bestehen jetzt aber natürlich immer noch auch für die Piste 14. Und gerade diese böige Rückenwindkomponente bringt da einen sehr unschönen Faktor in das Ganze mit rein. Denn Rückenwind sorgt im Anflug dafür, dass das Flugzeug über Grund schneller anfliegen muss. Das ist alles Geschwindigkeit, die nach dem Aufsetzen wieder vernichtet werden muss. Und auf einer langen Bahn erhöht sich das Ganze, was man an Länge nochmal dazu addieren muss zur eigentlichen Landedistanz einer 747. Das erhöht sich natürlich immer weiter. Laut den aktuellen Informationen gab es technisch an diesem Flugzeug zu diesem Zeitpunkt keine Einschränkungen. Welcher Fehler, da jetzt an welcher Stelle wie gemacht wurde, das müssen natürlich andere Personen entscheiden, die davon wirklich Ahnung haben. Uns bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, dass die Maschine nach der Landung gut 200 Meter über das Ende der Bahn hinausschoss. Die Localizer Antenne mitnahm, das Flugzeug brach auseinander. Zwei der vier Triebwerke der 747 wurden abgerissen, genauso wie das komplette Fahrwerk. Ein kleines Feuer verursacht durch eines der abgerissenen Triebwerke hatte man sehr schnell wieder unter Kontrolle. Die Piloten erlitten leichte Verletzungen, konnten das Flugzeug aber eigenständig verlassen. Genauere Details zu dem Vorfall gibt es zum aktuellen Zeitpunkt für uns noch nicht. Aber das Wichtigste an der ganzen Sache ist, niemand kam ernsthaft zu Schaden. Aber das etwas mehr als 20 Jahre alte Flugzeug wird auf jeden Fall nicht mehr fliegen. Nur zwei Tage später kam dann die Nachricht von einer Boeing 757-200. Der Fly Jamaica, die von Georgetown in Guyana aus nach Toronto, nach Kanada fliegen sollte. Mit 128 Menschen an Bord beendete man dann aber den Steigflug in 20.000 Fuß. Die Hydraulik des Fliegers versagte nämlich und man wollte dann mit der 757 nach Georgetown zurückkehren. Der ganze Flug dauerte nur gut 45 Minuten und ich konnte leider nirgends wo rausfinden, welche Hydrauliksysteme genau jetzt bei dieser 757 versagt haben. Daher können wir tatsächlich auch gar nicht so viel zu diesem Vorfall sagen. Wir wissen aber, dass wenn zum Beispiel das linke und das rechte Hydrauliksystem der 757-200 ausfällt, dann verliert man einige wichtige Funktionen. Unter anderem das sogenannte Nose-Wheel-Steering. Also die Funktion, dass man das Bugfahrwerk nach links oder rechts drehen kann, um das Flugzeug am Boden zu steuern. Man hat dann zwar noch das zentrale Hydrauliksystem des Fliegers zur Verfügung, aber wie gesagt, man verliert einige wichtige Funktionen. Zum Beispiel kann man auch nach der Landung die Reverser nicht mehr aufziehen, also die Schubumkehr nicht mehr nutzen. Und die Störklappen bzw. einige Bremsklappen kommen nach der Landung nicht hoch. Und das im Zusammenspiel kann natürlich dafür sorgen, dass es extrem schwer wird. Eine schwere Boeing 757, diese Maschine ist ja hier nur 45 Minuten unterwegs gewesen, hat also nicht so wahnsinnig viel Sprit verbraten. Da kann es natürlich extrem schwer werden, eine schwere Boeing 757 auf einer nur 2270 Meter langen und 45 Meter breiten Bahn zum Stehen zu bringen. Die Maschine kam also jetzt nach dem Aufsetzen nach rechts von der Landebahn ab und Passagiere und Crew wurden dann über die Notrutschen der 757 evakuiert. Zum Glück, wie gesagt, gab es nur leicht Verletzte und man kann natürlich davon ausgehen, dass diese 757 nicht wieder fliegen wird. In Anbetracht der Tatsache, dass die Piloten hier höchstwahrscheinlich zur Landung wirklich einige wichtige Systeme und Funktionen nicht zur Verfügung hatten, ist es aber wirklich gut, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Tja, was eine spannende Woche. Und eine Sache wollte ich noch dazu sagen, nur weil es jetzt in den letzten zwei Wochen drei Boeing-Flugzeuge wirklich massiv getroffen hat, heißt das natürlich nichts oder sagt es natürlich nichts über die Qualität und über die Sicherheit von Boeing-Flugzeugen aus. Nur mal so, weil das immer gerne mal einfach so in den Kommentaren diskutiert wird. All diese drei eben genannten Unfälle haben nichts miteinander zu tun und völlig unterschiedliche Ursachen, die erst einmal genau von den Leuten, die da wirklich Ahnung von haben, ermittelt werden müssen. So viel also dazu. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Und ein großes Dankeschön geht heute nochmal an Michael raus, der mich seit gestern tatkräftig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank an dich. Euch allen eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen und tschüss.